Ich hab' mich da nicht clevererweise so einfach dran. Ich merke da gleich wieder rum. Ey, es ist zu hell hier. Dann heul doch nicht rum, ob es hier zu hell ist, ey. Macht er jetzt noch was? Ja, er macht's noch was, super. Ich hol' mal eben noch ein bisschen Marble. Ah, wieder einen Bienenbeutel. Den brauch' ich ja grad nicht. Ich brauch' nur dieses... Große Marble, das ist keiner. Lacht-Stand Marble. 3,6 kommen wir mit aus. Ja. Wenn das nämlich läuft, dann haben wir, wie gesagt, alles super. Dann brauch' ich mich da auch gar nicht mehr drum kümmern. Ach, ich bin ein... Ich brauch' doch noch die anderen. Gut. Das haben wir aber, Gott sei Dank, ja noch bei uns. Irgendwann hab' ich hier Beutel nochmals mittlerweile. Jetzt machen wir das mal eben hier. Ich glaub' der hätte sogar... Der hätte da nicht mit braunen... So ein Stounding gemacht. Es ist egal. Jetzt haben wir das gemacht. Die Monster, die sind wirklich da drauf drin. Wir sind so Gäste da, glaub' ich schon so. Bei den Bärenbüchen. Wenn die Bärenbüche sich, wenn die jetzt unterhalten. Und daran sterben. So. Äh... Beanbüchen will auf. Den brauch' ich nicht. Baumaterial. Den brauch' ich nicht. Den brauch' ich nicht. Den brauch' ich nicht. Das brauch' ich nicht. Das brauch' ich gerade nicht. Ich muss jetzt grad' gucken, dass ich ein bisschen aussortiere. Ich hab' die Kräfte noch. Ähm... Extract. Nein. Extract. Unactive. Ja, hier das... Deine Zeug hier. Nimm' mal. Nimm' mir schon deine Hand. Von den Basics vielleicht. Ich glaub' Hopper und etc. Und da haben wir noch ne Basics haben wir nicht. Haben wir noch Hopper? Ah, wir haben noch einen Hopper. Muss ich noch ne Basics machen. Basics. Was sind's? Wo sind's? Wo sind's? Wo sind's? Wo sind's? Ich schau' ob' ich Papier habe. Papier hab' ich auch nicht mehr. Ich dachte, weil ich blöd bin. Noch einer mit. Basic Pharma. Was ist jetzt hier? Mein Handy vibriert. Machen wir's weg? Nein, wir machen nicht so viel. Irgendeiner will was von mir. Irgendeiner will was von mir. bestimmt sind aus der kleine Sporst. Gleicher. Ich hab' da reingestellt. Äh, was nimmst du auf? Äh. Sagen wir mal. 4. Nimm mal 4. Das ist cute. Wir haben die Dinger. Wir haben die Kräfte. Der Jetpack muss ihn aufladen. Die Tür. Der Rest mal ja selber. Ich will, dass sie den Tower hier fertig haben. Ja, das sieht aber noch gut aus mit den. Dreien dazwischen. Sind die anderen auch drei? Die sind alle drei. Ja gut, da drüben. Da hab' ich's ein bisschen verhauen. Da hab' ich jetzt halt andere Blöcke genommen. Das liegt aber noch, weil ich's ein bisschen unterschiedlich machen wollte. Das ist ja auch mit Glas. Hätte ich auch zupappen können. Mit was ich möchte. So. Crafter. Ach ne, wir müssen die Kisten gleich erst verschieben. Warte mal. Machen wir's erst. Ich nehm' die Kiste. Und stell' sie einfach da hin. Die brauch' ich nicht. Ich nehm' die Kiste. Die ist nämlich auch voll. Oder beziehungsweise. Nicht so ganz so voll wie sie brauchen. Die Kiste. Sowieso voll. Äh. Bei dir. Die Diebstdorch kriegt. Alter. Ich will dann gleich in die Diebstdorch schon packen, was ich machen könnte. Bup. 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 Äh. Oder müssen die hier hoch? Das ist die Frage. Müssen die hoch? Also ich könnte ne kleine Zwischenkiste einlechten. Dass von hier alles sortiert wird. Fangen wir mal mit an in die Kiste. Indem wir mal hier das Kabel. Darauf legen. Ah. Gib mal her. So. Und. Ein Stromkabel nach dem anderen. Warum es auch leckt, wenn ich ein Stromkabel lege. Ich hab' keine Ahnung. Das sind Päcke. Kriegt er schon Weizen? Ne. Aber ich könnte schon mal Weizen in den Rachen reinstecken. So. Ne. Was kommt hier hochgeflogen? Mein Gott. Irgendwo sind irgendwelche wieder Tiere gestorben. Oder Monster gestorben. Äh. Haben wir. Der Rest muss nach unten transportiert werden. Stimmt's? Ja. So. Das machen wir indem wir das Ding hier nehmen. Hier aufreißen. Nach unten in die Etage gehen. Äh. Hier die Ecke aufreißen. Wo wir ran müssen. Nein. Ich hab' noch ein Block. Das ist der falsche Beutel, wo die Dinger rein kommen. Den haben wir hier offen. Und wir machen. Was da oben auch noch? Ich würd sagen. Nimm mal was auch noch zu. Vorsicht. Vorsicht. Zwei. 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 Weitere Zwei. Dadurch möchte ich nämlich die Itempipes ziehen. Und vielleicht Strom. Ja wir ziehen den Strom von oben auch. Machen wir auch. Aber Flüssigkeit brauchen wir auch nicht von oben, ne? Och, da. Ne, die geht rückwärts da rein. Das ist okay. Die geht rückwärts... Äh, in das System. So. Wir schicken das nach unteln. Äh. Den bauen wir nicht. Ich kriege hier an so einem schlauesten. Ich muss jetzt halt gucken, dass ich halt nicht kein Wirrwarr baue oder mich jetzt hier nicht so einbaue. Ich schicke das von hier nach da hin. Nach unten hin. Okay. Der kriegt seine Sachen. Der kriegt seine Sachen. Haben wir. Läuft deep top. Sollen wir mal schauen, dass wir vielleicht mal klein lunzern das Ding reinmachen. Er wird gefüllt oder nicht? Ich weiß es nicht. Ach, er muss dieses Zeug auch noch rauspumpen hier. Aber warum pumpt der das nicht raus? Den habe ich doch keinen. Ne, den habe ich keinen Filter gegeben. Okay, ich muss noch kurz hinten dran schauen. Oder kann... Ach ne, der hat ja noch keine... Keine Kiste, wo er das reinpumpen. Ne, hier hat er noch keine. Das würde ich mal gerne mit ihm ausprobieren. Insert. Okay. Das geht hier rein. Geht der auch, äh... Zahm kann ich jetzt nicht gucken. Was ich gucken kann, ist, wenn ich... Hier mal eben schaue. Das X-Vector. Dann befüllt wird. Ja, er wird auf jeden Fall befüllt. Okay. Wieder Insert. Jetzt habe ich keine... Ich kriege keine Samen hier rein. Das ist ein bisschen blöd. Ich kriege da ran, weil... Keine Samen habe oder so. Muss ich mal nachher schauen. Ich habe... Weiter kloppen bin hier. Okay, das klappt auf jeden Fall. Jetzt habe ich natürlich... Musil. Hat auch nichts, lass ich... Äh... Baumaterial, Beutel. Wo rein damit? Na komm, schmeiß auch alles rein. Ich kaufe da brauche ich leider noch. Hier, Adblock. Mein Gott. Hover Mode. Strom, 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 Strom. Ist irgendwas? In der Hohenluft hingeblieben. Did, did, did. Item, 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 item. Item, item, item habe ich natürlich nicht mehr. Dafür muss ich mal eben den Beutel... Ich muss die ganze Zeit die Beutel wechseln. Kann man eben alles auffüllen, was ich noch habe. Stromkabel habe ich noch... Stukten habe ich noch dabei, ja. Okay, jetzt kann ich wieder nach oben hin. Da muss ich natürlich mehr Strom anschließen, das steht fest. Aber das können wir gleich noch machen.